Ja, hätte nicht gedacht, dass ich die Jammie jetzt so schnell wieder höre, per Telefongespräch. Sie war beim Anwalt oder hat mit ihm telefoniert. Und dann würde ich jetzt auch wieder sagen, Jammie, erzähl uns doch mal, was da jetzt war. Tja, weil es so einen Fall beim Jobcenter noch nicht gegeben hat, würde ich mich doch freuen, wenn ihr das dann im Hauptfilm verfolgt. Zuschauen bei Bitshoot, VK, die Sparithnus TV aufrufen, den entsprechenden Link in die Browserzeile kopiert, Enter gedrückt. Und dann könnt ihr Jammie und mich zumindest hören. Und ihr wisst ja jetzt, wie Jammie aussieht, wie ich aussehe. Da brauchen wir jetzt keine direkt bewegten Bilder. Okay, tschüss!